So, hier ist eine Wontor-Gang, die ich mitgebracht habe, Teyrik. Wunderlai. Nach langer Zeit. 1, 2, 3, 4, 5 Leute mehr gibt es nicht. Doch, doch, es kommen noch welche. Aha. Wir, Chef, Patron, wir 5 Reichen. Olle, warum will ich Patron lang? Qualität oder Quantität? One second, one second. Okay, dann, ich würde sagen... Ich würde mal sagen, als willkommen, wir tanzen erstmal, ja? Ja, aber jetzt zeigen wir. Warte, warte, warte. Nee, ich habe. Ja, aber gib ihn, mach mal an. Hopp, hopp! Wallah, ihr denkt auch ihr seid der Rackgast, ne, am Mono-Räum-Sabah Wallah, dann seid ihr da, ey, was ist los mit diesem Polzei-Auto, was ist deine Mission, ist heute Tag der Serien oder was? Ja, das ist Los Santos, Patron, hier sind die Leute, hier sind viele Kriminelle, guck mal, so ein guter Mann, ich bin praktizierender Arzt und ich bin auch Kriminell geworden, guck mal, was Los Santos auf einmal macht. Guck mal, was ihr das Ding gemacht habt. Korrupte Arzt, ha? Ja, so sieht's aus. Guck mal, diese Terdix finanzieren sich nicht von selber. G-Waggon, das meinst du was? Feeeell! Feeeell! Ey, das ist ein Video, ey, das ist ein Video. Bruder, wenn du furzen, furzen, furzen. Feeeell! 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 continu! Ha, ha, ha.. die B***se fandest einer! Okay... Come erstmal, Kovi! Montana für Folge! Was? Das wird... Ich gerdlich! Die Krippe nehmt! Was passiert? Ich bin ein paar Geisel. Wir sind kaputt. Hey Leute, wir sind direkt der Doss jetzt. Alles klar. Was ist der Plan? Ich bin ein paar Geisel, Fischlerzbank. Eee, alle die Hände hoch. Alle die Hände hoch. Alle die Hände hoch. Alle die Hände hoch. Yo, yo, chill, Alter, chill, chill. Was passiert hier? Illegale Positionen oder was, hä? Ey, du bist Reisel, okay? Hey, die im weißen Kleid einmal drehen. Jungs, alles gut, alles gut, bitte. Ach, du heilige. Ey, da rinnt einer weg. Ey, ich muss kurz einmal kontrollieren, ob die Dame eine Waffe hat. Okay, sie ist sauber aus. Ja, chill, chill. Alle an die Wand, chill. Alle an die Wand, okay. Ja. Hast du gehört? Alle an die Wand. Adam ist Keller. Nastja? Ja? Ich hab Angst. Keine Sorgen, Keller, alles wird gut. Wie du hast Angst, hast Angst oder was? Ey, reiß den Link. Komm her, komm runter, komm runter, da an die Wand hier mit dir. Reiß den Link. Die kümmer ich mich raus. Am besten wir fesseln die alle. Ey, Jungs, bitte chill, chill, Jungs, bitte. Halt die Fresse. Halt deine Schnurze. Halt deine Fresse, oder ich knall dich abmal. Kleine Penderos. Genau. Die ganze Scheiße, ja. Halt deine Fresse, sonst bin ich gezwungen mit dir... ...zu machen. Ach, die Scheiße. So, okay, fesseln die jetzt. Ey, du im weißen Kleid. Ja. Hast du eigentlich einen Waffenschein? Ähm... Nein. Also, ich glaub, dein Bruder braucht einen Waffenschein, kann das sein? Ähm... Nein, das ist zur Selbstverteidigung. Ey, wir müssen schnell machen, bevor die Puppe gefressen. Ey, wer die Seile, wer die Seile macht, du krass. Ich hab nur deine Frisse, Alter, du hast was gemacht. Wer die Seile hat, fesselt dich schnell. Du kleiner Junkie. Okay, ey, wer gefesselt ist, den bringen wir dann ins Auto. Ey. Komm, ey, komm mal mit alle, die an der Wand sind. Alle mitkommen, alle mitkommen. Alle mitkommen. Jo, jo, bitte, bitte, hört auf, Jungs, bitte. Ich hab nichts gemacht. 그 fuck, I read it in Germany. I don't like the fucking red street to fuck me. With the walking The way down shore youть Angstkissitw You're trying land. Das ist jetzt hier eine geile Name, ja wir machen jetzt hier eine Staatsbank, wir werden die hier bis auf den letzten Centi ausrauben und ich hoffe ihr kooperiert, sonst werdet ihr abgeknallt, habt ihr mich verstanden, man? Ich hab gesagt habt ihr mich verstanden, Alter? Hey Bruder, Jungs, Jungs, bleibt ruhig, bleibt ruhig, die Dame hat doch nichts gemacht, ja Süßes, alles gut? Ihr habt ausgerutscht, ich wollte den Herren hier schlagen, hey Jungs, bleibt mal ruhig, dir passiert nix, alles gut, nein, wir sind keine Frauenschläger, alles gut, alles gut, wir distanzieren uns davon, hat einer Feuerlöcher dabei? Feuerlöcher? Hier brennt auf jeden Fall ein Budi, Alter. Ey, äh, Greiselle, wie sie die Dame kennenlernen? So, ey, komm mit, Patron, Dings, Leute, wir knacken jetzt diesen Tresor, Patron, komm mit. Stimmt das, dass du zwei Jahre mit Alka außer Kontrolle warst im Berliner, dass ihr paar Handyläden eingebrochen habt? Tankstellen, Tankstellen, Tankstellen waren mein Fachgebiet. Tankstellen? Tankstellen und alte Omas. Hm, ja eine Blitz, ja eine, ja eine Tankstellen, Blitzrope, hm? Komm unten, oder? Scheiße, diese Tür, die ist echt hartdeckig, Mann, verdammt. Ja, Bruder. So kurz. Los Santos haben die gute Ingenieure, glaub ich. Wir haben die aus Deutschland geholt, ja? 100 Prozent. Ich sehe das schon, das ist deutsches Werk hier, deutsche Stahlmauer. Achillang ab hier. Achillang, Scherefsler. Der kriegt ja nicht so leicht auf. Sind die Cops da? Komm, komm. Wir können darüber reden. Wir können darüber reden. Wir können darüber reden. Wir können darüber reden. Wir wollen. Alla, Jungs. Eine Million für Shirin David. Warum zieht da einer fünf? Eine Million für Shirin David. Tirek, egal was für Andernes, Mann. Alla, gib ihm. So, ihr hört mein Patron zu, Mann. Patron, rede. Habt ihr verstanden? Pro Geisel, bist du auf Shirin? Verlangen wir 3.000. Habt ihr verstanden? Kein Problem. Ich möchte aber erst mal sicher gehen, dass es allen Geisel gut geht. Leck, du bist du? Den geht's Alhamdulillah. 3.000! Diskutier dich! Wir können über diesen Deal reden, wenn ich mich vergewissert habe, dass allen Geisel gut geht. Arrete! Erkämpft 3.000! Alla, Patron, geht's nicht gut. Ich möchte erst sicher gehen, dass es den Geisel gut geht. Diskutierst du noch einmal? 6.000, Doppelte. Letzte Mahnung, die ich sage. Du, der Herr. Darf ich mich vergewissern, dass es den Geisel gut geht, bevor wir in die Verhandlungen gehen? Habibi! Den Geisel geht's gut. Die haben drin eine Baklava mit Chai. Keine Sorgen. Kannst du sie alle sehen? Bericht dich schlimm! Hast du die Stellung hier? Ja, ja. Ja, sehr gut. Macht einer von den Jungs Faxen hier? Achso, nö, nö. Nur die sagen mal... Oh, die haben den Namen genannt. Oh, wir kennen ihren Gesichter. Nein, Sir. Aha, wer hat das gesagt? Ich hab das gesagt, Sir. Ja, genau. Der ganz links, der im Rauchen ist. Du? Warte, warte, Patron. Was weiß ich? Ja. Hör mal zu. Hey, 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 hey. Alles okay, 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 okay. Hör mal zu. Ja, bitte. Hör mal zu. 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 NIE wieder. NIE wieder. Ich fass die Bucks von dir. 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 Hör mal zu. Hör mal zu. Hör mal zu. Komm, Patron, bitte. Was ist denn gefickt? Patron, für Teil Challenge. Habibis, passt auf. Hey, jetzt Loredana. Loredana, hör auf, Songs zu klauen. Hast du verstanden? Hey, Mann! Die Sonne ist meine Identität. Sie fragen mich woher sie ist vom Fendi, ey. Also hier haben wir Loredana höchstpersönlich. Gibt es los mit dir? Frau Loredana, wie geht's dir denn? Sie hat die Schweizer Franken auch noch dabei. Sie hat auch das Geld von dieser Oma Gisela, die die abgezogen hat. Dann könnt ihr direkt noch mal Strafanzeige stellen und das verfolgen, ja? Ja, das werden wir natürlich auch verfolgen, nachdem die Sache hier beendet ist. So, Frau Loredana, wie geht's uns denn? Ich hab Angst. Brauchen Sie nicht. Wir werden das Beste dafür tun, um Sie heile daraus zu bekommen. Ja, bitte. Ich hab wirklich schreckliche Angst. Haben Sie Vertrauen in uns? Sag, wann ist Loredana Russin geworden? Das wird schon. Das liegt daran, weil ich so viel Angst habe. Blerd, hab keine Angst. Wir sind da für dich. Zuck da nicht. Hey, bring mal Loredana wieder rein. Der ist schwindelig. Soll ich mal ein Glas Wasser trinken? Okay. Gut, Mama. So, der nächste. Jalla, füßtum, bring ihn raus. Füßtum. Jalla, füßtuch. Ja, das ist Turgut Abi. Turgut Emon. Tut mal Turgut Abi nach vorne. Ja, der schneidet in Istanbul gerne Haare. So, der Herr, wie geht's Ihnen? Den ist doch nicht mehr gerade geht. Ja, aber wie geht's Ihnen denn gesundheitlich? Ja, gesundheitlich geht's mir gut. Ja, das freut mich. Ey, der Geisel, geht's nicht gut? Warum? Aberau! Aberau! Ey, Loredana! Hallo! Loredana! Hey, Loredana! Alles gut? Nein, Loredana! Geht weg! Ich mach Mut zum Mut. Geht weg! Ja, mach, 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 mach. Geht weg! Herz-Turg-Massage. Ey, ich bin anzt, ich bin anzt. Alles gut, ich mach das. Loredana! Ja, rings. Tschüss! Pfff! 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 Loredana! Jawohl, bohens! Tujuk gegessen! Wunder dich nicht! Pfff! 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 Oh mein Kopf! Bläh, Suka! Was ist passiert? Ja, ich muss mich mal kurz hinsetzen. Setz dich mal. Oh mein Kopf! Oh nein, mein Kopf! Mir ist zu viel. Das ganze Brut, das ich gesehen habe. Pfff! Loredana! Mach dir keine Sorgen! Jumali ist fütig da! Ja, okay, okay. Loredana! Vertrau mir! Wenn das... Ey! Wenn das hier vorbei ist, Loredana! Du kriegst einen Clubauftritt! 35k auf die Hand! Im Ruders! Verstanden? Verstanden? Okay! Du schwimmst bald wieder in Geld! Vertrau mir! Ja, okay, ich vertraue ihn! Ey, Loredana, kannst du mich wieder da ran! Ich kann lieber so was jetzt nicht nachtig! Ich lass euch mal hin! Arrabe Villan, Patron! Pff! 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 Aaaaaaaaauuuh! Achla, Wahda! Naar! Oh, das ist eine Schlauch. Die Knocher werden verabschied. Die Knocher werden verabschied. Die Knocher werden verabschied. Hey, die Knocher! Ero, Doktor! Doch, Paul, einer muss die Liga, ja. Doktor, ich hab erst Silfikus, komm mal zu mir. Heeeee! Ey, was habt ihr gerissen in der Stadt? 100k, amigo, 100k! Oh mein Gott! 100k, puta madre! Jungs, wir sind reich! Wir sind reich! Patron, wir haben's geschafft, Patron! Wallah, wir haben's geschafft, endlich! Das ist ein Millionärer. Ey, motherfucker, aber es reich! Achillehme, die Achillehme! Lecker mit Dinero, sind wir unsere Tasche, Mann.